Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 13136 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bald ist unser Haus bezugsfertig. Bis zum Umzug sind es nur noch wenige Wochen. Bald ist unser Haus bezugsfertig. Bis zum Umzug sind es nur noch wenige Wochen. Wir arbeiten gemeinsam im Homeoffice. Dadurch haben wir einen engen Kontakt. Wir arbeiten gemeinsam im Homeoffice. Dadurch haben wir einen engen Kontakt. Wir arbeiten gemeinsam im Homeoffice. Dadurch haben wir einen engen Kontakt. In meiner Welt ist Langeweile ein unbekanntes Gefühl, denn jeder Moment ist etwas Besonderes. Häufig werden ein Anschreiben und ein Lebenslauf als Bewerbungsunterlagen verlangt. Häufig werden ein Anschreiben und ein Lebenslauf als Bewerbungsunterlagen verlangt. Vor dem Aufstehen lesen wir in einem Kinderbuch. Diese Entdeckung hat eine revolutionäre Bedeutung für die Medizin. Diese Entdeckung hat eine revolutionäre Bedeutung für die Medizin. Wie machst du deine schönsten Kunstwerke? Wie machst du deine schönsten Kunstwerke? Wie machst du deine schönsten Kunstwerke? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wie schliesst du deine stecken als Bewerbungsunterricht. Wie machst du deine dieses Buchesunterricht? Wie dans die Echtung? Wie kannst du deine gute Bewerbungsunterricht? Wie machst du die ne Spot, dein weaponpunkt für die Werbungsunterricht? Wie dein Herz auf ist sausflőt? Wie kannst du Angst? Vielen Dank.